Hallo liebe Videofreunde, wir sind jetzt bei der Firma Lark und haben uns jetzt hier mal so ein Mobilheim angeschaut und das gefällt uns schon mal sehr gut. Ich will euch das mal kurz zeigen. Die genauen Maße gebe ich euch nachher nochmal durch. Es ist knapp, etwas knapp an vier Meter, aber ich weiß nicht mehr genau die Länge, das sage ich aber nachher nochmal. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Wohnbereich. Der Maik hat jetzt hier sein Büro drin. Ja, hier der Küchenbereich, auch eine schöne Küchenzeile, recht groß, reicht also völlig aus. Es gibt ja ganz viel verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich ja die Grundrisse so aussuchen, wie man sie haben möchte. Also man hat da unheimlich viele Möglichkeiten sich das eben dann auch so zu gestalten, wie man das möchte. Hier ist jetzt ein Gästezimmer drin mit sogar zwei Betten und noch einen Schrank und hier ist der Schlafbereich. Das ist das Schlafzimmer und da ist auch ein Kleiderschrank drin und das, was jetzt gerade, wo wir bei der Diana waren und beim Kai. Mal gucken, ob das jetzt hier auch so ist. Ja, die hatten, das ist jetzt hier anders. Ach, die haben den Sicherungskasten jetzt hier auch noch. Also die hatten jetzt einen Kleiderschrank, der war sogar glaube ich noch etwas höher und die hatten zwei Kleiderstangen drin und da konnte man also praktisch ja den doppelt nutzen sozusagen. Der war etwas größer. Aber auch da gibt es halt, wie gesagt, also Möglichkeiten, wie man sich das gestalten kann. Das kann man alles individuell mit den Herstellern besprechen und die fertigen das dann so an, wie man das gerne möchte. Ja, und das sieht doch schon mal richtig schön aus. Hell, freundlich, auch in der Holzoptik hiermit eingearbeitet. Das finde ich gut. So, und hier könnt ihr mal schauen. Das ist also doch recht groß. Ja, man könnte jetzt auch noch ein anderes Modell, was mir jetzt also eher zusprechen würde, bestellen, indem man zwei Gästezimmer macht. Und dann kann man praktisch ein Gästezimmer als Ankleideraum gestalten. Das macht die Firma auch gleich so, wie man das gerne möchte, das Ankleideraum. Das andere Gästezimmer und das andere Gästezimmer würden wir zum Beispiel als Hauswirtschaftsraum nutzen oder so. Und ja, und dann hat man auch richtig schön Stauraum und Platz, um seine Sachen halt unterzubringen. Ja, also das hat uns schon mal recht gut gefallen und wir werden mal in Verbindung bleiben. So, das war ein Teil. Morgen fahren wir nochmal in die andere Firma und schauen uns auch nochmal eine andere Firma an, in Magdeburg. Und ja, mal gucken, dass wir euch da auch vielleicht was zeigen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Test, 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 Test. Test, Test, Hiko, es ist mein... Und wir schauen uns heute wieder mal Mobilheime an. Was heißt wieder mal? Das zweite Mal. Und sind sehr angetan von den Mobilheimen hier. Gefallen uns sehr gut. Chef im Hintergrund. Und die Frau Schenk kann uns jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ja, über ihre Firma. Wie lange gibt es die schon? Über 25 Jahre. Das Unternehmen heißt Kuhnert Mobiles Wohnen. Befindet sich in Möser. Unsere Produktion heißt Kuhnert Group. Wir haben bereits fünf Produktionsstätten oder bauen gerade die fünfte. Unsere Mobilheime sind sowohl sosionale als auch winterfeste Mobilheime. Zum dauerhaften Wohnen, für Campingplätze. Auch als Gästehaus gedacht, für den Garten. Wir haben sehr viele Möglichkeiten der Ausstattung. Sowohl verschiedene Farben der Möbel, der Wände, Fußböden. Verschiedene Möglichkeiten der Ausstattung. Zum Beispiel das Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Man kann auch ein Ankleidezimmer machen anstatt einem Kinderzimmer. Man kann auch zwei Häuser zu einem verbinden. Sozusagen Module. Das größte Mobilheim ist 15 x 4,40 m. Das kleinste 5 x 4. Man kann auch zwei als L-Format stellen, dass man ungefähr 100 m² rausbekommt. Unsere Mobilheime beginnen ungefähr bei 58.000 komplett ausgestattet, aufwärts. Man kann auch eine Dachterrasse draufbauen. Man kann eine Terrasse vormachen, einen Anbau, Photovoltaik. Ja, also ihr hört, wird jedem Wunsch gerecht sozusagen. Und die Mobilheime können sich wirklich sehen lassen. Das muss man wirklich sagen. Welche Materialien sind eigentlich, oder sagen wir mal, die Dämmung, die würde bestimmt viele noch interessieren. Die Dämmung besteht aus Mineralwolle, in der Regel 7,5 cm, auch 13. Ein Haus mit statischem Energienachweis zum dauerhaften Boden hat 15 cm Mineralwolle plus Platten, Alu. Und der Außenverkleidung sind es ungefähr 22 cm. Also das ist ordentlich. Insofern auf jeden Fall auch wintertauglich und auch wenn wahrscheinlich Hitze ist. Aber da kann man ja auch dann Klimaanlagen auch zusätzlich einbauen. Genau, Klimaanlage. Man kann eine Zweifachverglasung bekommen, auch eine Dreifachverglasung. Man kann mit der Klimaanlage sowohl wärmen, auch als kühlen, entfeuchten. Man hat die Option zwischen einer Gas-, einer Elektroheizung, Fußbodenheizung, Infrarot oder eben der Klimaanlage zum Wärmen oder Kühlen. Also, alle Möglichkeiten geschaffen. Je nachdem, was gefordert wird oder abverlangt wird, auch von den Plätzen halt. Es ist ja sehr unterschiedlich. Oder ob man ein privates Baugrundstück hat, dann kann man ja so energetisch arbeiten, wie man das möchte oder auch mittlerweile muss. Bei den Campingplätzen ist man halt ein bisschen eingeschränkt. Da muss man ja schauen, was dort erlaubt ist und was nicht. Ja, und wir schauen uns jetzt nochmal hier so ein bisschen zwei Häuser an, die uns besonders gut gefallen. Die zeigen wir euch jetzt gleich nochmal. Und wenn ihr Fragen habt, Interesse habt, wendet euch an die Frau Schenk bei der Firma Kronert anrufen. Könnt ihr einen Termin vereinbaren. Hier in der Nähe von Magdeburg ist das Möser? Möser? Genau. Möser, ja. Und könnt ihr euch das alles anschauen und sie erklärt euch das ausführlich. Und dann kann man mal richtig schwelgen und in den Katalogen blättern und dann kriegt man ganz schnell Lust. Michael liegt auch im Hintergrund, der ist ganz begeistert, weil wir ja uns diese Wohnart für die Zukunft vorstellen können. Und von daher, wenn wir mal schauen, was das Ganze jetzt so bringt. So, dann schauen wir uns mal jetzt die Mobilheime an. Wir befinden uns gerade in dem Mobilheim Santiago. Das Haus Santiago ist 12,50 Meter lang, vier Meter breit. Wir stehen gerade in der Küche. Man hat viele Optionen der Küchenausstattung, sowohl andere Farben, ein Gasherd, Elektroherd, Induktion. Man kann eine Einbaumikrowelle bekommen, sowohl auch einen Backofen oder eine Mikrowelle mit Backfunktion. Auch ein Geschirrspüler, 45 Zentimeter oder 60. Hängeschränke kann man sich aussuchen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank. Entweder einen kleineren oder einen größeren mit Gefrierkombinationen. Ist alles möglich. Das Wohnzimmer ist meist leer. Die Kunden haben individuelle Wünsche, wie sie ihre Wohnlandschaft, Couch, Sofa reinstellen möchten. Meistens sind die Wohnzimmer leer. Man kann aber auch Möbel bei uns bestellen, individuell, so wie man das möchte. Wir haben verschiedene Materialien, Textilien, auch verschiedene Wände. Man kann die Wände auch grau machen, auch in Betonoptik. Man kann Terrassentüren machen als Schiebevariante, als Flügeltür, sowohl auch als Glasfront. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, man sieht, dass hier sind Heizkörper an der Wand und man kann das Schäfer auch bestellen. Genau, man hat die Option einer Gasheizung, einer Fußbodenheizung als Infrarot-Variante. Man kann auch eine Elektroheizung bekommen, sowohl auch eine Klimaanlage mit Heiz- und Kühlfunktion. Und sie entfeuchtet auch gleichzeitig. So, jetzt zeigt uns die Frau Schenk, ich bin jetzt hinter der Kamera, Schäffe ist weg. Ähm, ja, wie das hier von innen mal so aussieht. Das ist das Kinderzimmer, man kann das aber sowohl auch als Gästezimmer oder als Ankleidezimmer ausstatten. Hier sind gerade Überbauschränke mit ziemlich viel Stauraum. Man kann auch kleinere nehmen. Also das ist jetzt wirklich hier richtig groß, ganz viel Fächer und Stauraum hier drin. Sehr gut. Im Prinzip kann man das ja so, wie das jetzt hier ist, auch als Ankleidezimmer nehmen. Weil du hast ja genug Schränke drin. Also braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Weil man hat ja wirklich hier jede Menge Stauraum und da muss man nicht unbedingt ein Eck fahren. Man hat auch die Möglichkeit, mit dem Bett zu variieren. Entweder ein normales Bett oder ein Bett mit Bettkasten. Ein Meter 80, ein Meter 40, ein Meter 60. Die Kinderzimmer sind meist mit einem Bett von 80 Zentimeter mal zwei Meter ausgestattet. Ja, also bleibt kein Wunsch offen. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch hier also ein Bett rausnehmen und könnte auf der anderen Seite vielleicht noch einen Schreibtisch reinstellen. Das finde ich mega. Weil das ist richtig viel Stauraum hier drin. Das finde ich gut. Ja, sehr schön. Oder als Abstellraum kann man es auch nutzen. Kann man es auch nutzen. Ja. So, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Und da habe ich vorhin schon mal reingeschaut. Das finde ich total auch gut. Richtig viel Stauraum. Weil im Mobilheim muss man ja wirklich gucken, dass man so viel wie möglich unterkriegt. Und hier habt ihr noch mal so richtig große Schränke. Rechts und links und über dem Bett auch noch mal. Und ich denke mal, dass man die Schränke auch individuell gestalten kann, oder? Dass man hier vielleicht noch mal... Farblich, auch von der Größe kann man sie individuell gestalten. Auch mit LED, ohne LED. Man kann auch so ein Bettüberbau bekommen, wie in diesem Haus. Man kann auch einfach einen normalen Hängeschrank über dem Bett bekommen, wie der Kunde das möchte. Genau. Also hier kann man mit Sicherheit auch noch mal, wenn man will, einen Hängeschrank reinmachen. Wenn man nicht so viele Fächer braucht. Ja, und der Kleiderschrank ist auch sehr groß. Hat man genug Fächer zum Verstauen für Garderobe und auch Kleiderstange große drin. Dann hier noch mal einen Frisiertisch sogar, wo man sich hübsch machen kann. Oder als kleinen Arbeitsplatz gedacht. Genau, kann man auch machen. Ja, genau. Könnte man auch machen. Kleiner Schreibtisch, genau. Ja. Sehr gut. So, jetzt gehen wir noch ins Bad. Auch sehr schön. Gestaltet. Große Dusche. Große Spiegelschränke. Also auch jede Menge. Jede Menge Stauraum hier drin. Man hat auch die Möglichkeit, zwischen den Materialien zu wählen. Man kann eine Fliesenoptik nehmen, eine Holzoptik, Marmoroptik. Man kann auch Hängeschränke nehmen mit Spiegelschrank, sowohl auch ohne. Ein Stand-WC, ein Hänge-WC, wie man es gerne möchte. Also auch da jede Menge Auswahl, je nachdem, was man sich so wünscht. Und wie die Geschmäcker sind. Die Geschmäcker sind ja immer verschieden, gell? Ich hoffe, liebe Videofreunde, ihr könnt uns verstehen. Es ist draußen ein bisschen laut in der Straße, aber ich hoffe, es ist zu verstehen. Ich gebe mein Bestes, es so zu bearbeiten, dass es gut zu verstehen ist. So, jetzt gehen wir nochmal in ein anderes Mobilheim rüber. Das ist auch sehr schön. Mir auch sehr gut gefallen. Also wenn man hier so ist und sich das anschaut, schwierig. Also man darf gar nicht so viel schauen, weil sonst ist man hin und her gerissen. Dann gehen wir rüber und wir zeigen euch das mal. So, jetzt sind wir in dem Inverno, ist das richtig? Genau. Und ich will euch das mal von draußen zeigen. So sieht es aus. Und was hier ganz toll ist, das werdet ihr gleich sehen, ist hier nochmal so ein kleiner Anbau, der aber unheimlich viel ausmacht, wenn man drin ist, weil da nämlich die Küche integriert ist. Also, schauen wir mal rein in die gute Stube. So, liebe Videofreunde, wir sind jetzt hier in dem Modell in Inverno. Inverno. Genau. Und hier seht ihr mal schon ein bisschen so eine kleine Ausstattung, dass man mal so sich ein bisschen ein Bild machen kann, wie schön das aussieht. Und auch dieses ganze Mobiliar, wenn man das möchte, kann man das bei der Firma KUNAT mitbestellen. Also wird auch so, wie ihr es wollt, angefertigt und könnt ihr alles komplett, das ganze Mobilheim, könnt ihr bestellen hier. Genau. Mit Inventar. Genau, man kann Wohnzimmermöbel dazu bestellen, sowohl auch ein Couchtisch, eine Couch, ein Esstisch mit Stühlen, ein Sideboard, wie der Kunde das in möchte. Das ist natürlich mega. Also lässt ihr das Teil hier hinstellen und dann ist ein Fertighaus praktisch da. Und hier seht ihr die Küche, wie ich gerade gesagt habe draußen. Das ist hier nochmal so eine kleine, wie sagt man, wie so ein Anbau, ne? Nische. Nische, ja, richtig, genau, Nische. Und dadurch verschwindet die Küche natürlich ein Stück weit und man hat hier richtig breiten Platz, um durchzulaufen. Das gefällt mir besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man nicht so beengt ist und richtig viel Fläche hat und das Ganze dadurch natürlich sehr, sehr groß wirkt. Und auch hier, ihr seht gerade, hier sind jetzt Gasflammen, aber man kann halt eben auch Induktion, ne? Induktion, Strom. Induktion, Strom oder Gas bekommen. Ja. Man kann auch einen größeren Kühlschrank mit einer Gefrierkombination bekommen. Ja, genial, ja, genial. Guck mal. Wunderbar. Das ist ja genial. Ja, eine Edelstahlspüle, eine Granitspüle, eine Einbaudunstabzugshaube, sowohl auch eine schräge Dunstabzugshaube kann man bekommen. Super. Und hier ist dann praktisch der Herd? Die Vorbereitung für den Backofen. Ja, okay. Und auch ihr seht richtig große Sprenge, hier ist die Gastherme wieder? Genau. Da kommt dann die Gastherme rein. Der Schrank fällt also praktisch weg. Aber trotzdem habt ihr hier jede Menge große, wirklich große Staufächer. Einen kleinen Geschossbügel. Ja, reicht aus für zwei Personen. So, und hier ist dann auch wieder so ein Gästezimmer. Das ist jetzt anders eingerichtet, das hat jetzt halt nicht so viele Schränke. Aber das kann man sich ja alles individuell gestalten, so wie man das eben gerne hätte. Mit Gardinen, mit Plissés, mit Nachtschrank, mit Betten. Man kann auch einiges weglassen und seine eigenen Böbel mitbringen. Wunderbar, sehr schön. Hier ist das Bad ganz anders gemacht als vorhin, auch sehr schön. Hat man die Dusche und hinter der Dusche ist dann praktisch die Toilette. Wenn es mal dringend wird, wenn einer duschen muss, das sieht man sich nicht. Das ist schon mal gut. Also auch richtig, richtig viel Platz hier drin. Man hat aber auch die Option, das Badezimmer größer zu gestalten. Ja, aber also das ist für, also das finde ich jetzt völlig ausreichend. Das ist völlig ausreichend. Braucht man nicht größer. Und jetzt kommen wir in das besonders schöne Schlafzimmer. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier, richtig viel Platz, große Schränke. Da fehlen dann halt die Seitenschränke. Kann man auch nachordern, wie in dem anderen Mobilheim, was wir uns vorhin angeguckt haben. Dass man also noch ein bisschen mehr Stauraum bekommt. Und man hat halt hier das schöne große Fenster. Was natürlich unheimlich viel Licht hier reinbringt. Man braucht nur einen netten Nachbarn dazu. Oder einen guten Ausblick. Oder einen guten Ausblick. Am besten, das wäre das Beste ja. Am besten mit Wasser. Und einen schönen Ausblick. Und am besten noch aufs Wasser, genau, mit einem schönen Sonnenuntergang. Ach ja, da fängt man an zu träumen. Aber sehr geschmackvoll auch eingerichtet. Und sehr schön auch von den Farben her, toll. Ja, also richtig viel Platz. Ja, also das ist schon ordentlich, was da reinpasst. Und wir wollen uns ja ein bisschen minimieren. Wir wollen uns ja dann ein bisschen minimieren und ein bisschen von allem weniger haben. Also reicht das dicke aus. So, am Ende der Besichtigung kommt die spannendste Frage. Was kostet denn so ein Mobilheim? Das Modell in Werno kostet 91.000 Euro, hat die Größe von 12,50 Meter mal 4 Meter. Das Haus Santiago, was wir uns vorher angeguckt haben, hat auch eine Größe von 12,50 Meter mal 4 Meter. Und kostet 95.000 Euro, komplett ausgestattet. Was kommt jetzt noch ungefähr mit, was muss man rechnen, was noch dazu kommt? Die Transportkosten von ungefähr 3.500 Euro, je nachdem, wo es hinkommt. Ansonsten nur die Extras, die der Kunde sich noch wünscht. Genau. Und nochmal mit dem Aufbau? Der Kunde hat noch die Möglichkeit, dass wir ihm das Haus aufstellen, gegen einen Aufpreis. Das wird aber je nachdem, wie der Kunde sich das Mobilheim bestellt, je nach Größe, je nach Grundstück berechnet. Okay. Also, ich denke immer, man muss so mit, naja, 10.000 mindestens mehr rechnen. 20, denke ich mal. Also das würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn man noch den Schnickschnack haben will. Und da ist noch eine Klimaanlage und vielleicht eine Fußbodenheizung, haben Sie gesagt, das ist die gleiche, egal. Genau, je nachdem, was man für eine Heizvariante nimmt. Ansonsten bleiben meistens die Mobilheime nicht so, wie man sich die anguckt. Da kommen meistens noch ein paar Extras dazu. Ja, also das denke ich doch auch. Aber die sind auch wirklich sehr schön und man merkt auch, wenn man die Türen von der Küche anfasst und auch von den Schränken, dass das eine gute Qualität hat. Es ist sehr massiv. Ja. So, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der Frau Kuhnert. Vielen Dank. Gerne. Dass Sie uns so ausführlich das erklärt haben alles. Das finde ich schön, ist nicht selbstverständlich. Und sich die Zeit genommen haben. Und wir bleiben in Verbindung. Ich freue mich auch sehr, dass Sie uns besucht haben. Ja, das freut mich. Vielen Dank, gell? Gerne. Herzlich willkommen nochmal, liebe Videofreunde, zu einem Fazit zu unserer Besichtigung der Mobilheime. Eigentlich hatte ich das mit Michael schon zusammen gedreht, aber leider Gottes hatten wir einen falschen Fokus eingestellt und war auf Folgemodus gestellt. Und jedes Mal, wenn wir uns bewegt haben, hat er versucht, neu zu justieren. Und ich konnte das ganze Video überhaupt nicht nehmen. Und als ich das gemerkt habe, war Michael schon wieder weg und unterwegs. Und deswegen, ja, muss ich das nochmal alleine machen. Leider. Ja, wir sind ja dann weg von der Firma Kuhnert und sind nach Hause gefahren. Und auf dem Nachhauseweg war es erstmal so ein bisschen ruhig. Wir mussten das auch alles erstmal so ein bisschen sacken lassen und auch verarbeiten. Und dann sagte dann Michael irgendwann, feine Sache. Also das, ja, das würde ihm gefallen. Ja, ich fand es auch gut. Also das ist ja eh so ein bisschen meine Idee gewesen. Weil ich, das fing gar nicht so an, dass ich mal komischerweise auf YouTube Reportagen über Dauercamper gesehen habe. Und es kam so im SWR und im WDR und so. Und das gibt ja manchmal so auf YouTube dann eben diese Sendung, die man dann gucken kann. Das habe ich geschaut und fand das irgendwie total lustig. Also weil, was mir gut gefallen hat, war halt eben auch diese Gemeinschaft auf dem Campingplatz. Und ja, dass so jeder jedem auch ein bisschen hilft und da so eine soziale Struktur herrscht und miteinander auch. Klar, es gibt immer, das ist ganz klar, auch Menschen, die man vielleicht nicht mag. Damit muss man dann rechnen. Aber gut, also das hängt ja auch immer ein bisschen von einem selbst ab, wie man auf jemanden zugeht. Und ich mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken. Es ist immer vielleicht einer dabei, den man nicht so mag. Aber es ist ja nicht so, dass alle dann irgendwo schlecht sind. Sondern meistens ist das ja die Minderheit, mit der man nicht zurechtkommt. Und von daher mache ich mir nicht so viele Sorgen um das Thema. Und wir haben uns dann halt einfach so unterhalten. Und Michael sagte dann, na ja, klar. Also man hat dann halt eben, es ist kein eigener Grund und Boden, so wie man das jetzt hat. Man muss sich halt eben auch einer gewissen Platzordnung unterwerfen und muss sich daran halten. Und dann hängt es eben auch vom Platzwart ab, ist es gut oder nicht gut. Da hängt ja auch vieles davon ab. Was macht man, wenn man mit dem Platzwart nicht zurechtkommt? Und da gibt es schon so ein paar Dinge, die man halt einfach irgendwo auch im Kopf haben muss. Aber ja, also ich denke, das sind alles lösbare Dinge. Und ganz im Notfall hat man ja Räder unter dem Haus und kann das Haus dann wieder woanders hin bewegen. Was man natürlich versucht zu vermeiden. Grundsätzlich ist diese Option also für uns auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Man kann sich dann halt eben genauere Gedanken erst machen, wenn man weiß, was man für einen Platz bekommt. Für uns ist ganz klar, dass wir also eine größere Variante haben würden wollen. Und es gibt da auch noch ganz tolle Sachen, was er uns gezeigt hat und auch der Maik in Nordhorn. Du kannst dann draußen Terrassen bauen, du kannst Wintergärten noch anbauen, du kannst wie so ein Flurbereich, eine Diele, wo du dann einen Hauswirtschaftsraum hast noch. Das ist alles möglich. Man muss halt eben nur den gewissen Platz, die Quadratmeterzahl muss der Platz halt eben hergeben. Und das weiß man halt eben alles erst, wenn es soweit ist, wenn man etwas findet oder wenn etwas neu erschaffen wird an Plätzen. Es geht auch um Energietechnik, weil eben auch die Campingplatzbesitzer oder Fährpächter sozusagen, die wollen natürlich auch irgendwo an Strom etc. verdienen. Und da ist auch nicht alles möglich. Wie sich das aber jetzt überhaupt in der näheren Zukunft alles entwickelt, das weiß man ja noch gar nicht. Wir haben eh noch zwei Jahre Zeit, weil zwei Jahre müssen wir sowieso noch in unserem Haus wohnen, weil dann die zehn Jahre erst um sind und man dann steuerfrei verkaufen kann. Sonst müssen wir ja Steuern bezahlen. Und von daher haben wir noch ein bisschen Zeit nachzudenken und uns auch noch vielleicht das ein oder andere Mobil anzuschauen. Wir treffen uns vielleicht jetzt im Mai mit Frieda und Tati, die wir in Norwegen letztes Jahr kennengelernt haben. Und die haben nämlich auch in Deutschland, also in Hessen, ein Mobilheim. Und immer wenn die dann nach Deutschland kommen, wohnen die da und wollen auch später dort leben, wenn sie wieder nach Deutschland zurückkommen aus Norwegen. Das wollen wir uns jetzt im Mai eventuell mal anschauen. Und dann muss man halt eben mal sich umhören und umschauen, was es so dann für Möglichkeiten gäbe an Platz und ob bei uns im Cottbus was geschaffen wird. Man ist da dran, aber das zieht sich alles und naja, die kommen eh nicht aus der Hüfte. Und ich will aber nicht so weit weg, weil ich eben meine Mama auch im Cottbus begraben habe. Und ich möchte einfach nicht das Grab so weit weglassen. Ich möchte die Möglichkeit haben, halt eben auch dorthin zu gehen und auch das Grab zu gestalten. Zum Gießen findet man immer vielleicht mal jemanden, eine Firma oder so. Aber ich möchte einfach das nicht so hinterlassen. Das möchte ich nicht. So, Punkt. Also müssen wir irgendwo in der Nähe bleiben und uns etwas suchen. Aber es gibt ja in Brandenburg schöne Ecken und ja, man muss mal schauen, ob es da den einen oder anderen Platz vielleicht gibt. Ich habe so gesagt, im Umkreis von 200 Kilometer wäre das für mich in Ordnung, dass wir da vielleicht irgendwas finden. Würde sich natürlich Cottbus anbieten, keine Frage, weil bei uns wird geflutet, haben wir ja gesagt. Wenn der Ostsee entsteht und ich hoffe, dass es dann solche Möglichkeiten geben wird und bin da auch dran. Also kümmere mich da auch so ein bisschen drum. Ich habe das so ein bisschen zu meinem Thema gemacht. Und ja, aber wenn das dann wirklich so sein sollte, dann ist das, glaube ich, für uns eine recht gute Option. Ja, also das nochmal zu unserem Fazit praktisch zu der Besichtigung von den Mobilheimen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so sagt, ob das für euch irgendwas wäre oder nicht. Ja, schauen wir mal. Also bin mal echt gespannt, ob es von euch ein paar Kommentare gibt oder nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Habt lieben Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.